Sebastian, vielen Dank für die Nominierung. Da muss ich noch gerne mit. Ein Stickerl auf meiner Slackline. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schönen Grüß vom ZDF, 2020 Schönen Grüß vom ZDF, 2020 Und ich nominiere Ich nominiere, das geht sich jetzt noch aus. Verdammt, ich nominiere Mein Bruder, ein Fuchs-Joseph auf der Steirischen Und ein Christian-Dorf, ein Musikkollegen Und als drittes An Konrad vom Tegodenhof Freunde, bis bald! Schönen Grüß